Grüezi miteinander, mein Name ist Max Mohr, liebe Kinobesitzer und Kinobetreiber. Ich sehe etwas derangiert aus, ich gebe das zu. Ich komme nämlich gerade aus dem Tonstudio, ich bin der Sprecher von dem Film, den ich Ihnen jetzt als Herz legen möchte, zwischen Himmel und Eis. Es ist ein Film von einem Wissenschaftler, der eigentlich ganz naiv und ganz vom Forschungsdrang beseelt in die Antarktis reist und dort die Wetterdaten zuerst untersammelt. Er entdeckt, dass man in den tiefen Schichten des Eis die Geschichte dieser Welt analysieren und herausfinden kann. Er verschreibt sich immer mehr der Klimaforschung und findet heraus, dass er wissenschaftlich nachweisen kann, dass der Klimawandel ein Produkt des Menschen ist. Und dann, wie der alte Mann von früher erzählt, von dieser ganzen Geschichte, das finde ich unglaublich faszinierend, wie man auch mitbekommt, wenn er immer mehr resigniert, weil er der Welt das sagt, aber die Welt nicht darauf reagiert und er trotzdem noch Hoffnung hat, dass vielleicht doch noch etwas sich ändern könnte zum Gut. Also es ist nicht nur ein Zeigefingerfilm, es ist eine unglaublich faszinierende Dokumentation über die Geschichte der Wissenschaft und über Wissenschaft und Aufklärung überhaupt. Also geben sie dem Film eine Chance, er hat es verdient. Zeigen sie die Trailer, die sie zur Verfügung haben. Plakatieren sie ihr Kino so viel sie können. Machen sie einen Schriftzug in Neon und mit vielen Farben über dem Kinoeingang. Und dass sie diesen Film im grossen Hauptsaal zeigen, ist sowieso klar. Nicht wieder Studio B hinten rechts, das ist sowieso klar. Also 26. November ist die Premiere, sie geben dem Film eine Chance und über das freue ich mich wahnsinnig.